Ihr seid hier beim sozialpädagogischen Konzept des Pyramideansatzes gelandet. Im ersten Teil habe ich die Basics erläutert und hier schauen wir uns jetzt zum einen die Methode und zum anderen die Inhalte genauer an. Wenn ihr den Ansatz nicht kennt, dann klickt erstmal in die Infobox und schaut euch den ersten Teil an. Wie ist die Methode der Erzieherin? Ich habe einfach die ersten Buchstaben der vier Schritte der Methode aneinandergereiht, um mir die Phasen besser merken zu können. Der Prozess hat, glaube ich, eigentlich keinen übergeordneten Namen. Ich nenne das jetzt trotzdem einfach mal ODEF, ihr wisst ja dann auf jeden Fall, was ich meine. Gut, ihr müsst euch jetzt eine Lernform vorstellen, in der die Erzieherin die Initiative hat. In jeder kann diese Methode eingesetzt werden. Der erste Schritt, den die Erzieherin geht, nennt sich Orientieren. Hier ist es erstmal wichtig, an dem anzuknüpfen, was die Kinder schon wissen. Also, wenn zum Beispiel im Projekt Blätter und Samen gearbeitet wird, dann orientiert sich die Erzieherin an den Kenntnissen der Kinder über das Projektthema und über den Entwicklungsbereich Zeit, auf den zielt dieses Projekt nämlich ab. Die Orientierung hat ganz viel mit der Wertschätzung des Wissens der Kinder zu tun. Wir sind hier bei dem so wichtigen positiven emotionalen Klima. Wir hatten das beim Fundament als die Basis für Lernprozesse ausgemacht. Außerdem muss ich natürlich wissen, wo die Kinder stehen, um ein Angebot mit einem angemessenen Anspruch anbieten zu können. Also Aufgaben zu stellen, die weder zu schwer noch zu leicht sind. Der zweite Schritt nennt sich Demonstrieren. Was dahinter steckt, weiß man eigentlich schon ziemlich intuitiv. Die Erzieherin macht den Kindern ganz einfach vor, was zu tun ist. Also, nehmen wir jetzt mal an, die Kinder pflanzen Kresse. Also, dann macht die Erzieherin die einzelnen Schritte genau vor und begleitet das, was die Kinder tun, sprachlich. Dabei führt sie neue Begriffe ein, wie zum Beispiel Watte, Samen oder Spross. Diese neuen Wörter werden aber nicht nur gesagt, sondern auch gezeigt. Grundsätzlich wird beim Angebot und beim Material darauf geachtet, dass die Kinder das Thema mit möglichst vielen Sinnen erfahren können. Also, die Kinder dürfen die Watte auch anfassen, schauen, wie sie sich mit Wasser vollsaugt und so weiter. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Man arbeitet in diesem ersten Schritt mit dem konkret Anschaulichen. Jetzt möchte man den Kindern ja aber dabei helfen, sich vom Konkreten immer weiter zu distanzieren. Deswegen wird im dritten Schritt erweitert. Um genau zu sein, erweitert man hier jetzt die Begriffe der Kinder, um dadurch ihren Denkhorizont zu vergrößern. Der Fokus verschiebt sich jetzt also vom bildhaften Taktilen hin zum sprachlich-symbolischen. Dies gelingt der Erzieherin durch das Stellen von Abstandsfragen. Darauf bin ich bei den vier Grundkonzepten schon näher eingegangen, wenn ihr euch erinnert. Jetzt könnte versucht werden, Beispiele zu finden, die die Kinder aus eigener Erfahrung kennen. Die meisten Kinder werden vermutlich wissen, dass Pflanzen Wasser brauchen, um zu überleben, weil zu Hause oder in der Kita Pflanzen stehen, die man regelmäßig gießen muss. Man könnte zur Veranschaulichung dieser Kausalität eine vertrocknete Blume mitbringen, um zu zeigen, was passiert, wenn man Blumen nicht mit Wasser versorgt. Eine weitere Abstandstechnik wäre es, eigene Erfahrungen zu schildern. Ganz toll ist hier auch, zusammen mit den Kindern zu vergleichen. Was sind denn zum Beispiel die Unterschiede zwischen einer Pflanze und einem Tier, beziehungsweise einer Pflanze und einem Stein? Was wissen die Kinder schon über den Aufbau von Pflanzen? Also ist der vielleicht immer gleich? Wie gesagt, erweitern bedeutet, sich von einer anschaulichen Ebene auf eine sprachliche zu begeben. Der letzte Schritt der ODF-Methode nennt sich Vertiefen. Jetzt geht es darum, das Gelernte auf andere Situationen zu übertragen, also einen Transfer zu leisten. Hier spielt das Denken eine sehr große Rolle. Beim Erweitern haben wir ja gesehen, wie das Begriffsverständnis erweitert wurde. Und da Sprache zu Denken führt, ist die Idee, dass die Kinder durch die neuen Begriffe zu komplexeren Denkprozessen in der Lage sind. Ich glaube, das versteht man nicht unbedingt ohne Hintergrundwissen und verweise hier nochmal auf Vygotsky und seine soziokulturelle Entwicklungstheorie. Von dem kommen nämlich diese Überlegungen mit den Begriffen und dem Denken. Ich zeige es am besten an einem Beispiel. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass in den Schritten zuvor nicht nur besprochen wurde, dass die Pflanze Wasser braucht, sondern dass es dann auch andere wichtige Faktoren gibt. Jetzt könnte die Erzieherin erzählen, dass sie selbst mal eine Pflanze zu Hause hatte und die nach und nach eingegangen ist. Von den Kindern will sie dann wissen, warum das passiert sein könnte. Hier sollen die Kinder also auch wieder in den Abstand gehen und wie kleine Detektive ihr Wissen auf die Beispielsituation anwenden. Je mehr die Kinder in den Schritten zuvor gelernt haben, desto mehr können sie spekulieren. Hatte die Pflanze vielleicht zu viel Licht oder zu wenig? War die Erde nicht mehr gut oder war die Pflanze vielleicht krank und so weiter und so weiter und so weiter. Ich fasse die Methode jetzt nochmal aus der Perspektive des Kindes zusammen. Im ersten Schritt soll bisher erworbenes Wissen aktiviert werden. Im zweiten Schritt beginnt der Lernprozess. Hier sollen konkrete Anschauungen erworben werden. Durch das Erweitern distanzieren sich die Kinder vom Konkreten und im letzten Schritt wird das Gelernte auf neue Situationen angewandt. Sinn und Zweck dieser Methode ist es schrittweise das Wissen der Kinder und dadurch deren Denken zu erweitern. Je besser das gelingt, desto selbstständiger werden die Kinder. Sie können nämlich kreativ auf Probleme reagieren und versuchen sie mit unterschiedlichen Lösungsansätzen zu bewältigen. Zusätzlich zu den vier Grundkonzepten und den Lernformen bei Pyramide kennt ihr jetzt also noch die zentrale Methode des Ansatzes. Eine Sache schauen wir uns jetzt noch an, nämlich die Entwicklungsbereiche, also die Inhalte des Ansatzes. Die Vorstellung über die Beschaffenheit dieser Inhalte orientiert sich an Gartners Theorie über Multiple Intelligenz. Ganz kurz dazu, Gartner vertritt die Ansicht, dass ein Mensch nicht per se intelligent oder nicht intelligent ist, sondern dass seine Intelligenz unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Beispielsweise ist es möglich, dass eine Person ein absolutes Mathe-Genie ist, also im logisch-mathematischen Bereich besonders gut abschneidet, dafür aber große Schwierigkeiten dabei hat, zwischenmenschliche Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen. Ich zeige euch, wie Pyramide diese Theorie aufgreift. Jedes Projekt ist ja einem bestimmten Entwicklungsbereich zugeordnet. Einige der Bereiche habe ich außen an die Pyramide geschrieben. Die Entwicklungsbereiche selbst können wieder kategorisiert werden, und zwar in einen physischen, einen emotionalen und einen kognitiven Bereich. Bei Pyramide nennen sich diese Bereiche die drei Intelligenztypen. Wie auch bei den Grundkonzepten legt Pyramide Wert auf ein ausgewogenes Gleichgewicht, also in dem Fall jetzt ein Gleichgewicht zwischen den drei Intelligenzen. Man will die Kinder also weder in dem besonders fördern, was sie noch nicht so gut können, noch will man besonders stark an den Kompetenzen ansetzen. Jeder Bereich soll gleichermaßen angesprochen werden. Durch das Lernen am Modell, durch die eigene Aktivität, durch das Sprechen mit anderen usw. wissen und können die Kinder in den drei Bereichen im Laufe der Zeit immer mehr. In der Darstellung der Pyramide werden die Intelligenzen dem breiten Teil der Pyramide, also der Basis, zugeordnet. Man spricht hier auch vom Basisniveau. In der Mitte der Pyramide findet sich auf den Intelligenzen aufbauend das kreative Niveau. Hier geht es im Prinzip um die geistige Flexibilität. Ich mache mal jetzt ein ganz banales Beispiel. Bei elektronischem Kinderspielzeug gibt es ja diese Batteriefächer, und die sind meistens mit einer kleinen Schraube verschlossen. Das Problem ist jetzt, wie bekomme ich das auf? Auf dem Basisniveau habe ich gelernt, dass man Schrauben mit einem passenden Schraubendreher aufmachen kann. Wenn ich jetzt aber keinen zur Hand habe, muss ich kreativ werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich das Prinzip hinter Schrauben und dem Schraubendreher verstanden habe. Durch meine Kreativität kann ich jetzt mit meinem vorhandenen Wissen nach einer alternativen Lösung suchen und die Schraube zum Beispiel mit einem Küchenmesser lösen. Kreativität ist natürlich schon eine tolle Sache, ist aber immer noch nicht die Spitze der Pyramide. Da haben wir nämlich das Metakognitive Niveau. Metakognition bedeutet nichts anderes als das Nachdenken über das eigene Denken. Um über mein eigenes Denken nachdenken zu können, muss ich natürlich erstmal verstehen, dass ich denke, und dann die eigenen Denkvorgänge zum Betrachtungsgegenstand zu machen, das ist ziemlich anspruchsvoll. Aber deswegen ist es ja eben auch die Spitze der Pyramide. Es gibt natürlich noch mehr zum Pyramide-Ansatz zu sagen, aber für einen ersten Überblick reicht das auf jeden Fall aus. Ihr könnt jetzt ja mal selbst ein bisschen kreativ werden und euch überlegen, was ihr von dem Ansatz im Vergleich zu eurem Favoriten so haltet. Und wenn ihr dann auch metakognitiv werden wollt, könnt ihr euch außerdem noch überlegen, warum ihr diese Einstellung habt und keine andere. Das war's von meiner Seite, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es gerne und wenn ihr nochmal was nachlesen möchtet, die Quellen findet ihr in der Beschreibung.